Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Heute werfen wir einen ausführlichen Blick auf die TaforU selbstreinigende Katzentoilette. Für alle Katzenbesitzer, die nach einer praktischen und hygienischen Lösung suchen, könnte dieses smarte Gerät genau das Richtige sein. Wir schauen uns an, was diese automatische Katzentoilette alles kann und worauf ihr achten solltet. Die TaforU selbstreinigende Katzentoilette bietet viele spannende Funktionen, die den Alltag eines Katzenbesitzers enorm erleichtern. Sie ist komplett automatisiert, was bedeutet, dass man sich nicht mehr um das tägliche Schaufeln des Katzenstreus kümmern muss. Mit einem integrierten Gesundheitsmonitor und einem 65 Liter Behälter ist sie besonders geeignet für Haushalte mit mehreren Katzen. Über eine App-Steuerung könnt ihr das Gerät sogar aus der Ferne bedienen, was besonders praktisch ist, wenn ihr viel unterwegs seid. Was diese Katzentoilette besonders auszeichnet, ist das durchdachte Sicherheitskonzept. Ein Infrarotsensor sorgt dafür, dass die Reinigung sofort gestoppt wird, sobald sich eure Katze in der Nähe befindet. Dadurch wird verhindert, dass eure Samtpfote versehentlich in die Reinigung gerät. Auch das platzsparende Design ist ein großer Pluspunkt. Mit ihren kompakten Maßen passt die Toilette in fast jede Ecke und sieht dabei noch modern aus. Das Feedback der Nutzer ist durchweg positiv. Viele berichten, dass die Katzentoilette leise arbeitet und einfach zu bedienen ist. Besonders die lange Zeit, in der man den Apperbäder nicht leeren muss, wird geschätzt bis zu 15 Tage bei einer Katze. Die automatische Geruchsentfernung durch Ozon ist ein weiterer Vorteil, der für ein sauberes und frisches Zuhause sorgt. Insgesamt ist diese Katzentoilette eine sinnvolle Investition für alle, die Komfort und Hygiene auf ein neues Level heben wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal für mehr nützliche Reviews. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.